Es ist offiziell, Betty Taube und Koray Günther sind getrennt. Im Jahr 2016 geben sich die beiden das Ja-Wort. Doch seit Monaten machen Spekulationen die Runde, ob die Ehe des Models und des Fußballers am Boden liegt. Mit der Zeit häufen sich die Indizien für ein mögliches Liebes aus. Schon im Sommer letzten Jahres bemerken Fans, dass sich die einstigen Turteltauben gegenseitig nicht mehr im Netz folgen. Kurz darauf entfernen sie alle Pärchenfotos von ihren Social-Media-Accounts. Doch eine Beziehungskrise oder eine Trennung bestätigt das Paar nicht. In einem Interview betont Betty sogar, sie wollen lediglich ihre Liebe komplett aus der Öffentlichkeit heraushalten. Doch vor wenigen Wochen befeuert die Laufstegsschönheit die Gerüchte um ein Beziehungsende erneut. Im Netz ändert sie ihren Namen von Betty Taube Günther wieder zu ihrem Mädchennamen Betty Taube. Jetzt nehmen die Spekulationen um eine Trennung endlich ein Ende. Gegenüber Promiflash stellt Bettys Management nun auf Nachfrage klar. Wir bestätigen die einvernehmliche Trennung der beiden. Seit wann und warum die Eheleute getrennte Wege gehen, lassen die Medienvertreter jedoch offen. Zu dem Liebesaus äußern sich bisher weder Betty noch Koray. Doch während die 26-Jährige sich in Schweigen hüllt, lässt der Deutsch-Türke Bilder für ihn sprechen. Im Netz zeigt er sich mit einer neuen Frau an seiner Seite. Es ist das italienische Model Veronika Loy. Auf ihrem Social-Media-Account postet die Blondine diesen Clip, den sie mit einem Geburtstagstorten-Emoji versieht. Ob die beiden zu dem Zeitpunkt auf dem Weg zu der Geburtstagsparty des 27-Jährigen sind? Immerhin feiert der Fußballer am 16. August seinen Ehrentag. Auf jeden Fall befinden sich Veronika und Koray aktuell beide in Italien. Während das Model aus Italien stammt, spielt der Innenverteidiger auf Leihbasis beim italienischen Fußballverein Hellas Verona. Die Vermutung, dass die zwei nicht nur Freunde sind, heizt Veronika selbst an, indem sie ein pikantes Foto teilt. Zu diesem Schnappschuss schreibt sie Mein Ein und Alles und versieht die Zeile mit zwei pinken Herzen. Damit macht die Beauty mehr als deutlich, wie sie zu dem Kicker steht. Doch nicht jedem schmeckt offenbar, dass die schöne Lady mit Koray tot hält. Auf Instagram fragt ein User, warum sie einen verheirateten Mann datet. Die haben sich schon vor zwei Jahren getrennt. Du solltest dich besser informieren, Schätzchen, verteidigt sich Veronika prompt. Doch Bettys beste Freundin Jana Heinisch hält direkt dagegen. Sie haben sich vor einem Jahr getrennt. Du solltest wohl besser deine Informationsquelle checken. Wenn die zwei Jahre sagt, ist das einfach nur mehr als peinlich. Doch auch diesen Kommentar lässt Veronika nicht auf sich sitzen. Es ist egal, ob sie ein oder zwei Jahre getrennt sind. Der Punkt ist, dass sie nicht mehr zusammen sind. Als ich ihn traf, war er Single. Ich habe nicht nach Details gefragt, weil es mich nichts angeht. Also verschwende deine Zeit nicht, auf meine Seite zu kommen. Die Wahrheit hinter dem Liebesaus von Betty und Koray wissen nur die Betroffenen selbst. Doch eins scheint sicher. Wie die bisherigen Einblicke von Veronika beweisen, scheint Koray nach der Trennung jemanden gefunden zu haben, den er wieder sein Herz öffnen kann. Wie die bisherigen Einblicke von Veronika beweisen, Wie die bisherigen Einblicke von Veronika beweisen, Vielen Dank.